so liebe leute herzlich willkommen in der naturzone und herzlich willkommen zurück zu let's play pokemon schild wir machen heute weiter mit der erkundung dieser eben dieser naturzone da haben wir ja in der letzten folge schon mal ein bisschen geguckt aber heute haben wir uns irgendwie ein teammitglied fangen können nee das war noch nicht der fall aber heute zeige ich euch das ganze ding hier so ein bisschen genauer und auch eine methode wie man sehr effektiv und sehr gut trainieren kann macht einfach durch diese rates hier also die nächste wo diese säule rauskommt müssen wir mal gucken ob das so schon anfangs passt ja energiestrommel aus dem pokémon-nest zu 300 watt die holen wir uns auf jeden fall denn da wäre jetzt auf jeden fall wenn ein pokémon denn max pokémon wie gesagt die möglichkeit ist zu fangen muss sein dass die seltene items agathe sie sonst nirgendwo findet mein gott will den max pokémon sind unvorstellbar stark mit unterbefolgen sie mir attacken folge ab oder gab es einen ungewöhnlichen maßnahmen gegen solche pokémon stimmen die schüsse sind im erfolg mit den anderen drei trainern so wir haben ein feepokémon als erstes auf jeden fall ich wechsle mal kurz mein pokémon weil ich will zu hoplo wechseln das ist noch relativ stärker und ansonsten starten wir jetzt mal rein ich weiß was mein pokémon ist das ist klar schauen wir mal wie ich es sein könnte es ist 1 es ist ein pp ok vorm w倒 und pp ist also durchaus machbar wir brauchen die items es wäre wichtig So, den Nomad und den Erbrand. Und drauf auf Pi. Was haben wir denn, Pikachu? Ah, ich hab das gerne mal jetzt gerade nicht gesehen, richtig. Ich hab ein Fuli. Und? Und, und, und? So. Ah, Fuli-Fraß, okay. Warte, Fakt, das sind gar nichts abgezogen. Oder die Hüte nichts abgezogen. Das ist ein Nimmstück. Eisenschweif. Okay, Eisenschweif von Pikachu. Also Stahl ist effektiv gegen Fee. So, genau. Mit der Verteidigung. Zauber ein. Also eine Fee-Attacke. Alle. Ja, schon etwas weniger als, etwas mehr als die Hälfte haben wir noch. Jetzt sind wir drunter. Alles gut läuft. Ja, also richtig schön. Effektiv mit dem Eisenschweif drauf. Ich will das Pokémon nicht unbedingt ins Team nehmen. Das ist klar. So, Pikachu. Ach, Pikachu ist vermied. Okay. Ja, und noch eine gute Attacke. Dann ist das Viech da. Okay, und das war's. Der Raid ist gewonnen. Wir haben die Möglichkeit, das Pi zu fangen. Wir werden das aber, wie gesagt, nicht ins Team nehmen, sondern wir werden nur auf die Items gehen. Aber lieber so könnt ihr trainieren. Da kriegt man diese gute Items noch. Wir gucken uns die gleich mal ein bisschen genauer an. Hier, guck mal. Hier, guck mal. So. Fangen wir das mal. Das geht aber jetzt mit dem ersten Versuch rein. Natürlich, umso höher bewertet, umso höher die Werte, sondern auch umso Sterne und alles, wo es gibt ja 1 bis 5 Sterne und alles drum und drin, umso seltene und bessere Items gibt es natürlich. Und wir haben eine TM bekommen, einen Zauberschein. Wir haben zwei EP-Bonbons, 1, äh, XS, 1, S, äh, Dynamo-Bonbon, eine Gaubebeere und ein Zauberschein. Äh, die TM für Zauberschein. Mit dem Unterschied, dass diese TM nur einmal verwendbar ist. So. Nein, Pi wird auch nicht ins Team kommen. Das ist soweit klar. So. Gut, dann gucken wir mal die erst mal ins Team. Bei Pi ist der mit 19. Okay. Was für ein Eichhörner-Rate? Warum nicht? Übrigens, wir brauchen nicht immer jetzt mal zum Pokémon-Zetter zurückzugehen, sondern wir können quasi aus dem Team unsere Pokémon ablegen. Äh, nur dass ihr Bescheid wisst, wie sonst, vielleicht habe ich das eine oder andere Möglichkeit, dass ich dann eins ins Team nehmen werde, wenn es das richtige Pokémon ist. Ich habe mir ja so ein bisschen meine Gedanken gemacht, wie zu dem Team Pokémon. Ja. So, wir gehen mal EP-Bomons. Wir hauen uns mal alle 5 in, äh, Voldi. Es gibt 500 in Frankfurt, also 100 Stück pro. Oder reicht ja wie 9. Und um 800 hinterher. 12, ja, schön. Voldi, ja, der Biss, sehr schön. Und Tindermax-Bombon kriegt halt Hopplo. Gut. Die TM gucke ich mich dann später um. Da ist nämlich noch ein weiterer Wait, den wir noch machen wollen. Müssen. So. Dann mal 3 an Watt. Was haben wir hier? Ein Gestalt-Pokémon. Na, ich glaube nicht, das ist nicht das Richtige. Was könnte denn das sein? Ei, 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 ei. Das hört man eben schön in der Aufnahme. Pokémon wechseln, ja. Ich habe leider keine Ahnung, das passende Pokémon dafür. Ich probiere es natürlich weiter mit Toplo. Was bitte? Obwohl, warte mal. Wir machen das anders. Hier geht tatsächlich auf Voldi. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das ist mir so zu heiß, wenn ich da mal Feuer-Pokémon verliere. So, wir gehen auf alleine kämpfen. Wir kriegen wieder 3 Wände im Trainer. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ein Mobile. Wieder ein weiteres Baby-Pokémon. Eine Freundin von Mogelbaum. Und Nito, ja gut. Was tun wir denn hier? So, die Kampfgruppe, man sollte das durchaus... Ja, das sollte doch realistisch sein. Das wird es schaffen. So, erstmal drauf auf Mobile. Okay, das mit dem Feuer-Pokémon hat sich relativ schnell erledigt. So. Jetzt kommen wir aber lieber ein Pokémon-Di-Va eigentlich. So. Okay, der hat ich ein bisschen mehr erwartet. Und auch da hat ich ein bisschen mehr erwartet. Okay, das war wohl nicht so besonders viel. So, jetzt wird in der Dunkel. So. Das wird durchs. So wird Klima nicht. Jetzt kommt mal die Hälfte weg. Dadurch, dass die so wenig einsetzt sind. Äh, so wenig abziehen. Okay. Das wird alles nicht. Das wird cool, na. Oh je, 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 das wird so gar nicht. Ja, ja. Egal. Das ist auch so. Okay, meine drei Runden sind rum und stehen beim Zeug, dass sie jetzt weglaufen. Das ist auch immer, dass sie jetzt macht. Und tschüss. Ja, jetzt haben wir komplett über Nacht gelöst. Ich kann nur anfeuern, leider. Ich glaube doch, aber wenn wir nicht Glück haben, kommen wir es doch hin. Komm, haben wir noch Vergeltung, wenn ich nicht Glück habe? Ja, doch noch. Mit diesem Glück haben wir es auch noch hin gekriegt. Nicht erwartet, nicht erwartet. Okay. Ja, man merkt, wir brauchen Training. Ich fange mir das Pokémon auf jeden Fall. Ich nehme den Pokédex einfach gerne mit. Das hätte ich eine Runde länger dauern dürfen, dann wäre es nicht dabei gewesen. Ich fange mir das auch. Ich fange mir den Ep-Bonbon XS, Ep-Bonbon XS, Trillerbox-Bonbons und Schlagbruch auch noch eine weitere TM. Sehr gut. So. Okay, dann haben wir das soweit auch. Wir machen uns noch ein paar Rates. Das heißt, wir nehmen uns auf jeden Fall den Ep-Bonbon XS. Level 20. Warum nicht? Nehmen wir das Level 19. Jetzt haben wir das Level 20. Wir ziehen gerade ein bisschen unser Team hoch. Doppelkick, sehr schön. Da habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten, jetzt was das Attacken betrifft. Nehmen wir mal Heuler raus. So. Und legst du da, geht auf Woldi. Also 13, 13, 14 für die Teammitglieder. Ja, sehr gut. Und die HTMs kriege ich gerade noch nicht beigebracht, ne? So. Jetzt haben wir mal ein Trantrauer holt. So, ich weiß jetzt auch ein Team wieder. Ne, kann doch mal so alles. So. So. Gut. Ähm. Heute. So. Machen wir weiter. Die, die sie verdrehen, habe ich auch lange überlegt, ob ich sie nicht ins Team ziehen möchte mal irgendwie. Aber das machen wir nicht hier in der Edition. Oh, nein. Bisschen kurz das Ding da rum mit. Wir können ja auch da rumlaufen. Ja, okay. Alles gut. Dann können wir nämlich den Einwild. Oh. Hand von Post. Das wird ja viel zu stark sein für uns. 50 warten wir mal mit. Das ganze Ding müssen wir mal, auch nach und nach, und wir kommen eh nochmal zurück. Ich bin wieder auf der Story. Sorry. 300 Watt. Jetzt haben wir den Normalflug. Gut, das trifft sich halt. Das ist so für die Hose. Äh. Ne, ein Hotot-Säum. Ja, dann nehmen wir das mit. Weil da wollte ich nämlich jetzt. Da kann ich wohl die nämlich jetzt, äh, mitnehmen. Das ist gut. Aber eine Welt machen wir noch. Komm. So, Agno von Hotos sind durch die, äh, die Bedroher. Was haben wir denn überhaupt? Baldofisch. Vorhin die Fraß. Und ich sehe das jetzt im Nied. Ah, Amphira. Okay. Amphira. Oh, warum ist Gift? Pokémon aus Generation 7, also Betreuer. Und bei Ultra-Sonne haben wir es gespielt. Das finden wir noch nicht. Ich glaube, es ist cool. Ich glaube, es ist auch nur ein Weiblich. Also mit Weiblichem Willen entwickelt sich quasi dann weiter. Wenn hier Weltanlis ist. Okay, das ist gut. Jetzt geht aber wirklich das Fodifass weg. Warte, bloß deine Initiative. Oh, schön. Schön, viel. Fast ein Komplett-K.O. Mit der Attacke. Aber gut, Volltreffer, ne? Hat das gereicht sogar noch, um das Komplett zu killen? So, ich habe leider keine Möglichkeit jetzt gerade einen Zucki mal einzusetzen oder so. Jetzt geht es fast zu bald auf dich. Ah, das interessiert mich gerade herzlich wenig. Ah, Fokus-Code. Okay. Und wäre es weg gewesen. Oh, Schiss. Das war es. Der Kampf war leichter als gegen Mobile. Okay. 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 So, das heißt, danach machen wir uns auf in Richtung nächste Stadt, würde ich sagen. Nein, möchte ich nicht. Keine Spitze, aber. Okay. Das heißt, ich habe 3-Welt-Pokémon gefangen. Okay. Wunderbar. So, Beutel. Äh, items kann ich nicht mitnehmen. Okay. Aber die IP-Bomox nehmen wir mit. Hopplo. Rauf damit. Alle mit 16, sehr gut. Das würde ich jetzt sagen. Sogar schon zur ersten Entwicklung reichen. Ja. Das sollte sogar schon locker zu entwerfen, die zu reichen. Haben wir das doch. Kikalo. Kikalo. So. Dann wollen die noch schnell die 5 Finger da reinhauen. Der andere Level ja ein bisschen steig. Genauso einfach. Das sollte ich sehen, wenn wir zu trainieren. Und gerade am Anfang brauchen wir die Level auch auf jeden Fall. So. Dener Max wird eigentlich gehoben. Und dann machen wir uns jetzt Richtung. Wenn jetzt nichts weiter dazwischenkommt. Ein Vulcano. Cool. Aber wir haben ja schon ein Feuer-Pokémon. Deswegen brauchen wir es nicht in Zim zu nehmen. Oder ein Xato und Papuli. Ach Gottchen. Alles altbekannte Pokémon. Wir sind nämlich jetzt schon wieder fast da. Aber dann ist es noch ein Wait. Aber den machen wir dann nicht. Alter sind so viele noch. Es sind nur 3, 4. 4 Stück sich gerade noch so an. Was war hier? Ich bin lieber. Den nehmen wir mit. Kann man immer mal gebrauchen. Und eine weitere Notiz. Die dazu zunehmend gehört geradezu von Energie, die man als Watt bezeichnet. Also diese energiegelachse durch leuchtende Pokémon. Das ist eine leuchtende wilde Pokémon. Die andere Items im Tausch gegen Watt überlassen. Genau. Gar nicht mal so unwichtige Items tatsächlich. Jetzt haben wir hier. Wir gucken mal rein, was wir da haben. Halt-Attack. Wir haben nur 1,100. Na gut, sind ein paar Attacken. Surfer, hier Steinkanten, Laubklinge. Das ist eine Attacken, die man auch mal gebrauchen kann. Aber nicht. Ne, Pokécamper möchte ich jetzt gerade nicht machen. Machen wir nicht. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir nach Engine City. in die erste Stadt. Und dann schauen wir, was wir da so erleben. Es wird einiges passieren auf jeden Fall. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, bis dann. Tschüss.